Wir sind im Pressix, ein Unternehmen der New Media Branche. Als Partner der Metro Group Future Store Initiative verfolgen wir das Ziel, die technische Weiterentwicklung im Handel voranzutreiben und Werbung zu einem außergewöhnlichen Erlebnis zu machen. Deshalb entwickeln und vertreiben wir im Bereich Digital Signage interaktive Medien für Handel, Hersteller und Agenturen und setzen einen neuen Standard für dynamische Werbeformen. Mit unserem Medium wird die Werbewirkung Ihrer Produktpräsentation in der Außenwerbung, an Flughäfen und Bahnhöfen oder am POS, in Warenhäusern und Einkaufszentren um eine neue Dimension erweitert. Ob in der Shopping Mall oder Out of Home, mit diesem Medium wecken Sie ganz einfach Aufmerksamkeit und Begeisterung. Durch die effektvolle Veränderung eines interaktiven Spots wird die Werbefläche zu einem besonderen Anziehungspunkt, der schon aus einiger Entfernung sichtbar wird. 70% der Kaufentscheidungen fallen am Point of Sale. Dabei gilt, je gefühlvoller die Werbung, umso nachhaltiger ist die Erinnerung. Der Abverkauf von Produkten wird gesteigert und die Marken- und Handelstreue des Kunden unterstützt. Mit der speziell entwickelten Software-Technologie unserer Media GmbH werden bedarfsorientierte Lösungen für den Einsatz von POS Pool System realisiert. Integrierte Auftrags- und Content-Verwaltung für sekundengenaue Buchung und Ablaufsteuerung garantieren die korrekte Funktion bis zum lückenlosen Reporting der Werbezeitenausstrahlung. Trend setzen und Marken-Image erlebbar machen, heißt das ultimative Konzept für Handel und Hersteller. Wir alle verfolgen mit POS Pool System nur ein Ziel. Eine bisher ungekannte Dimension von Kundenbindung durch dynamische Werbekommunikation. Werbung, die man selbst beeinflussen kann, wird als besonders unterhaltsam wahrgenommen. Das gilt für Haushaltsführende genauso wie für potenzielle Kunden von morgen. Groß und klein lieben das Spiel mit den Spots, die sich unter ihren Füßen verändern. Sie würden dieses überraschende Medium gerne in Betrieb nehmen, zweifeln aber noch an seiner Wirkungsweise? Genau deshalb haben wir als erster Hersteller interaktiver Projektionsmedien AC Nielsen mit einer Studie zur Werbewirkung beauftragt. Und Nielsen bestätigt, 69% der Hit-Verbrauchermarktkunden haben die Bilderprojektion wahrgenommen. Die gestützte Werbeerinnerung erreichte, je nach Produkt, bis zu 47%. Die Wahrnehmung unseres Mediums und der speziellen Werbebotschaft erreicht somit Aufmerksamkeitswerte, die über dem Durchschnitt anderer Medien am POS liegen. Diese Werbung bietet Spiel, Spaß und interessante Unterhaltung. Deshalb wurde unser Medium von Verbrauchermarktkunden auch als angenehme Überraschung beim Einkauf empfunden und blieb verstärkt in Erinnerung. So also funktioniert Erlebniskauf. Ihre Werbung auf unseren interaktiven Werbeflächen beweist, dass Sie vorausdenken. Deshalb heben Sie sich von der Masse ab und werben Sie mit Gefühl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017